Oh oh, jetzt macht die Tür. Gut, wer macht das? Schön gemacht, ja, die Sandrutsch. Ja, ja, zwei hängen gemacht. Und die gehen an der Kiste fest. Oh ne, da gännt sich die vier, komm jetzt mal überall. Das ist uncool. Das ist richtig uncool. Aber, wir haben es überlebt, aber ist das eine? Nicht überreagieren. Wow! Sie können doch springen. Los, stoppen wir den Rambock. Zeit bis zum Aufprall? Weniger als sechs Minuten. Zeit genug. Oh Gott. Dieser Gesicht hat die Zeit, oder? Ach, ich bin da drauf. Oh. Jaaaaaaah. Ich bin auf die mir an. Oh, wo gehst du da drauf? Ich bin bestimmt da, Alter. Ah. Zeit zu sterben, Menschen. Komm her. Jaaaah. Der braucht ja auch drum. Der braucht ja auch drum. Der hat Space Marines. Ich töte euch. Na los, komm los. Jaaaah. Okay. Yep, jetzt geht's das. Nein, nicht ganz regeneriert, schade. Egal, ich kann es eh auch. Sonst wäre es jetzt gerade böse ausgegangen. Deshalb spart man sowas. Wie ist das? Schnappt euch die Orks! Oh, wow. Wow. Du kommst hier. Wow. Der hat auch nicht aus 70. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss jetzt drehen, gehen, gehen, wohnen und drehen. Weil der tut weh, der Orks. Oh Gott. Scheiße. Ich würde sich in der Granate gelaufen haben. Das habe ich nicht. Aber. Alles. Alles. Oh. Ah! Wo ist die Deckung? Auf! Wo ist die Deckung? Auf! Wo ist die Deckung? Auf! 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 Okay, das kommt jetzt halt. Raus nennen! Fantastisch! Oh, oh. Oh, oh. Oh, hat das hier unterschiedlich gesehen? Ah, so ein Scheißding. Die glauben Menschen zu finden? Ja, das will ich nicht. Habe ich das gerade? Ah, okay. War ich das jetzt mit der Granate oder so? Das Ding einfach so explodiert. Das würde mich jetzt mal interessieren. Aber? Hm. Man scheint einfach so, hm? Komm her. Ah. Oh, ein Bolter. Komm her. Ach ne, ne Plasma. Was hier? Wow. Sag jetzt nicht ernsthaft, ich soll die Dinger abnehmen. Oh mein Gott. Sterb. Ah, wirklich. Steht hinter mir und kann auf mich schießen. Das ist komplett unfair gerade. was. Wow. Okay, wie läuft das vor? Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sterb. Sterb, Orkboss. Ich bring euch an. Wir kennen keine Freude. Alter, das war böse. Die bisschen war jetzt mal übel. Oder die Aktion gerade. Okay, nochmal. Wow. Ich hab nie geredet, dass der einen Orkboss auf mich fallen lässt. Geil. Jetzt weiß ich aber schon. Das Ding ist erstmal dran. Nichts. Was ist er? Oh, guck mal. Dann geht er schon weg. Oh, wow. Wow. Das ist nicht nur... Wirklich? Wow. 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 Was zum... Beim letzten Magie ist anscheinend besser. Alter. Das ist echt böse. Also... Jetzt... Ich merke es mir zu fern. Das Ding ist immer mehr für mich. Vielleicht verpisse ich mich im G woanders hin. Weil die tun weh. Richtig weh. Und lass mich ran. Wieder ran. Das Ding ist gerade etwas schwerer. Das Ding ist gerade etwas schwerer. Das Ding ist wirklich jetzt. Oh. Hup. 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 Au. Die sind aufhör mich anzugreifen. Die sind aufhör mich an. Hup. 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 Alter. Den killt mich während ich den auch noch schütteln. Hup. 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 Oh oh, weg 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 Oh mein Gott Ein kaputter Körper ist besser als ein korrupter Geist Oh mein Gott, ich hasse diese Stelle gerade Wow Wo brauchen wir, ne? Das ist mies Ich sollte vielleicht nicht alle Granaten schmeißen Die Ball heben mir jetzt voll auf Okay Bis ich da die nochmal auf mich schmeißen Komm jetzt Jetzt muss ich das schaffen hier Andere gut liegen sie gleich Wie ist das? Wie ist das? Ja Sapp IQ ... ... Das cordial Das macht das Ding ja auch um einiges grad einfacher. Wieso hab ich das Ding nicht vorher losgehe. Das wird grad komplett leichter. Dann einfach die Ochsen. Ja. Jetzt kann ich so 400 schweißig ein Bild. Ich hab... Ich hab... Wow. Wow. Hätte ich das vorher gewusst ja. Wow. Wirklich. Das war jetzt so am Anfang. Okay. Wie gesagt, allergutig ist 3 oder 104. Wow. Da muss man ein Teil 2 der Inquisitor. Oh Gott. Ey, das kenne ich schon von der Demo. Ja. So. Das neue Faktorum steht noch immer. Einige imperiale Einheiten haben es bis jeher geschafft. Sie werden nicht lange durchhalten. Beheilen wir uns. So. Das reicht für heute erstmal. Erstmal bitte entspannen und mein Kraft wahrscheinlich. Also, bis zum nächsten Mal.